Natürlich können Sie GARPA-Möbel direkt auf unserer Website oder aus unserem Katalog bestellen. Aber wer sich für GARPA entscheidet, hat oft besondere Ansprüche. Wir fertigen Gartenmöbel in einer Qualität, die pflegeleicht ist und jedem Wetter standhält. GARPA-Möbel können für viele Jahre ein Begleiter sein, der Ihren Lieblingsplatz zu einem ganz besonderen Ort macht. Deshalb bekommen Sie bei uns mehr als nur ein Möbelstück. Sie bekommen den exklusiven GARPA-Service. Der beginnt schon vor dem Kauf mit einer ausführlichen Beratung. Sei es telefonisch mit einem unserer qualifizierten Mitarbeiter oder bei einem Termin direkt vor Ort in einem unserer sechs GARPA-Häuser in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Hier können Sie selbst erleben, was unsere Möbel so unverwechselbar macht. Sie haben Ihr Lieblingsstück gefunden? Wir kümmern uns um die Lieferung. Innerhalb von zwei bis drei Wochen bringen unsere Fahrer Ihre Bestellung direkt zu Ihnen und fahren erst wieder, wenn Ihre GARPA-Möbel vollständig montiert am Platz stehen. Die Verpackung nehmen wir selbstverständlich wieder mit. Was diese Leistung kostet? Nichts! Wir wollen einfach, dass Sie Ihren neuen Lieblingsplatz von Anfang an genießen können. Damit Sie sicher sind, die richtige Entscheidung getroffen zu haben, haben Sie bei GARPA einen Monat lang uneingeschränktes Rückgaberecht. Ein Anruf genügt und wir holen die Möbel kostenfrei wieder ab. Gern liefern wir Ihnen Ihre Wunschmöbel auch zur 14-tägigen Ansicht. Kostenlos und unverbindlich, inklusive Abholung. GARPA steht für höchste Qualität. Deshalb geben wir Ihnen auf allen Möbel eine verlängerte Garantie von mindestens fünf Jahren. Doch ganz egal, wie lange Ihr Kauf zurückliegt, wir sind immer für Sie da. Unser Reparaturservice hilft Ihnen bei entstandenen Schäden und auch nach Jahren können Sie Liege- oder Sitzmöbel bei uns nachkaufen. Sprechen Sie uns gern an, wenn Sie Ihr Lieblingsstück nicht mehr im Sortiment finden. Wir werden versuchen, Ihren Wunsch zu erfüllen. Noch was zum Schluss. Umfassende Informationen zur Pflege Ihrer Möbel und eine kleine Materialkunde finden Sie in unserer Pflege-Fibel oder auf unserer Website. Wir wünschen viele schöne Gartenmomente mit Ihren Möbeln von GARPA. Wir wünschen viele Gartenmomente mit Ihren Möbeln von GARPA.